Jureka Mh, nicht ganz Ich würde sagen, Gurt of a ship Und der Wecker Hast du gerade gelacht? Ja, wir haben alle gelacht So ihr Lieben, wir Äh, Fahrnschiff, los geht's Klasse Klasse Kurz und bittig, wir fahren Du musst das Auf neues Ja Dass ich wieder viel raushaue und mich selbst verstüben. Das ist nämlich dieselbe Aufnahme-Session, ihr Lieben. Jep. Läuft. Äh? Was? Erzählt die Heli? Ah, da! Alter, vier Stück. Vier Stück. Und zum Schluss noch ein Rammler. Also... Wann mal zwei? Nee, ein Rammler. Ein Flugzeugträger. Was? Ich bin schon wieder Flugzeugträger. Mhm. Total toll. Oh, wo wollen wir denn? Eine wunderschöne Farbe, ihr Lieben. Eine wunderschöne Farbe? Überhaupt nicht aufhört? Was? Ach du Scheiße. Das sieht man von Weitem. Ja. Aber ganz schön. Erkennbarkeit zu Wasser. Sofort. Auf der ganzen Map sichtbar. Das leuchtet. Unbegrenzt. Äh, wir... Wir... Weiß gar nicht. Ich würde sagen... Ah, da stehen irgendwie die meisten Leute rum. Hm. Die ist so... Alter, wie viele Zerstörer. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Oh, der zieht ja echt richtig ab. Ich... Ich... Ich fahr mal langsamer gucken, wie sie sich hier alle entscheiden. Der ist aber echt schnell auf der Höchstgeschwindigkeit. So ist geil, wa? Ähm... Wenn wir jetzt nämlich alle drei rüberdrehen nach D, ist... äh... Linke Seite ganz schön... ...schlecht dran. Das heißt, wir teilen uns auf, oder wie? Nein! Du kommst natürlich mit mir mit Heli. Äh... Äh... Sehr schön. Sehr schön. Machen wir. Ich düß schon mal los. Ja, ey. Geht doch. Danke, dass jemand uns die Entscheidung abgenommen hat. Es war so schwer. Es war so schwer. Oh, Mann. Oh, herrlich. Wer hat ja nur API hier. Hm... A wird eingenommen. Ich guck nach hinten. Seid aber nach vorne gucken, wa? Äh... Ja, irgendwie... 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 Ja, klar. Die Unterstützung naht. Mir zerstört. Ich hab keine Ahnung, aber... Ja? A ist gleich eingenommen. Ja! Die auch. Jetzt glaub... Bleib ich bei C erst mal? Mich alle fahren jetzt zu... E hin. Ich hab nen... Zerstörer getroffen und keinen Schaden gemacht. Ich glaub, ich hör auf. Ist das gedacht noch von mir? Hahaha. Es tut mir leid. Ja, das ist schon frustrierend genug, die... ... anschießen zu müssen. Das war mein Tipp. Dann macht man auch noch keinen Schaden. Also, was zu viel ist, ist einfach zu viel. Verdammt. Hätte ja sein können. Nein, er fährt. Ja, ich war gegen die Insel. Wäre hier vielleicht gar nicht so gut, um zu sterben, aber was ne. Da soll wohl der Flugzeugträger nach unten fahren, ne? So, lass mal gucken. Und einen da hin. Ey! Ich hab noch einen! Ich hab noch einen! Moment! Ich hab noch einen! Moment! Was geht denn da hinten ab? Was tut denn da hinten ab? Ich kann so... Ich weiß nicht, wie ich da anbesehen soll, wenn sie so komisch fahren. Ich krieg das nicht... ... nicht hin, ihr Lieben. So kann ich überhaupt nicht zielen. Geht gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich da hin zielen muss. Also schräg, ne? Ja. Feuererlaub! Ich spinne! Nein! Ich drück hier völlig falsch. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Problem gelöst! Ja. Das war zu weit. Hm. Machen wir einfach nochmal. Nö, 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 nö. Ich beentdeckte. Ich heil mich mal ein bisschen. ich will hinten nicht alleine sein ich treffe wieder mal diesen kleinen blöden zerstörer nicht ja die zu treffen ist eine kunst ich treffe die auch nicht an der schlachtschiff noch jetzt auch kein schaden ja das hört man doch wieder gerne ach je machst du schon wieder denn das haben ja ich habe schon wieder ein wohl dass er in mich reingebaut ein zerstörer fehlt die noch Äh, Gas geben? Ja, klar! Also die Schlachtschiffe tun mir eindeutig zu sehr weh. Ja, das tut echt weh. Da will ich nicht mehr sein. Aber die haben ja gar nichts mehr anderes. Die haben nichts mehr anderes! Da sind nur noch die... Ich will auch nicht mehr getroffen werden. Einmal getroffen und die Elft ist runter. Ja. Unschön. Bei mir war es so ähnlich. Wie weit muss ich vorhalten, um diesen dünnen Zerstörer zu zählen? Weit? Oder er bremst ab? Der ist ja fast aus dem Bildschirm, soweit ich muss ich da vorhalten. Ich will mal rüber Richtung A. Und wo möcht ihr euch denn rum? Aber hier, hier vorbei. Was hat die da so macht. Die Punkte! Die Punkte! Ah, das ist eine schöne Zielposition. Guck mal da. Da komm ich hin, schau mal. Ja, wir machen dem Schlachtschiff doch so viel Schaden. Das war eine falsche Entscheidung. Das war eine falsche Entscheidung. Gut. Ja, ich denke ich fahre nach B. Unser Team hat die Führung übernommen. Ich fahre nach D. Ich fahre nach D. Ich fahre nach D. Oh. Hätte ja klappen können! Es schreibt n Na Lololololol... Lol? Ach und da oben ist der Flugzeugfänger. Zerstörer und Flugzeugträger. Ich sollte nach oben zum Flugzeugträger fahren, damit ich was treffen kann. Damit ich was treffe. Ja, weil das nämlich wieder so sein wird, ich treffe wieder nichts. Ja! Was ist das? Dann schießen wir mal den Flugsack da her. Nicht, dass wir mich jetzt treffen. Uh, das war knapp. Uh, uh, uh. Ö, nehmen wir nur eine Kugel. Hm. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Na dann, rauf doch. Ja. Ich jetzt. Alter, ich bin wieder draußen. Alter, das ist halt... Ich auch. Aber punktemäßig ist da nicht gerade... Na, du bist, äh... Ja. Alter, du bist weiter, ey. Ja, aber... Die... Naja. Ja, bin ich. Das ist richtig. So kann ich mir denn jetzt die... Kuma, ich hoffe doch mal. Oh, noch 400... 500 Punkte brauch ich noch. Ne, 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 ne. Dann hätte ich Stufe 4. Und immer noch keinen Platz. Ja, das auch. Ja, ich weiß nicht, was ich verticken soll. Wie sieht es bei dir aus denn? Hier vier und so. Gleiche, gleiche Seite. Ich brauch noch knapp 500 Punkte. Dann kann ich mir die Kuma kaufen. Mit was schippern wir rein? Tenryu. Wenn sich die Punkte haben. Der Tenryu. Hm. Hm. Ah. Wollt ihr Begeisterung? Ach, ich nehm den hier. Ich mach mit. Na. Na denn. Bitte denn. Na dann. Was verdammt. Was ist das? Oh, okay. Was denn? Alles klar. Ne, ich hab nur geguckt, was ihr genommen habt. Ein Schiff? Das ist krass. Hm. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte eher so ein Schlauchboot. Äh. Ne, so eher wenn, denn ein Gummiboot. Uh. Hm, ein rotes. Mit Leuchtsignal. Hm. Oh. So, wir haben jetzt sechs Minuten Zeit, das Ding hier zu gewinnen. So. Okay. Kein Problem. Abfackeln oder nicht abfackeln? Ach nee, ich schieß mit ab. Oder? Ach, warum bin ich in der Mitte? Japaner können doch so gut fackeln. Warum bin ich in der Mitte sein? Wieso nicht? Und Dende ist auch noch hinter mir. Dende, warum bist du immer hinter mir? Ja, dann warte und dann fahr ich vor. Ich lass dich gerne vor. Schlachtschiff. Ja. Zweite Störe. Mach dir das Leben schwer. Gefechtsstation. Was geht das so gut los? Es geht... Haha, ja. Verdammt, da werden so viele auf uns zukommen. Hm. Boah, oder auch nicht. Der eine biegt schon ab. Ja, der haut ab. Ist das richtig so? Sollten wir auch machen? Ehrlich? Abhauen? Was? Nein, draufhauen, Dende, draufhauen, nicht abhauen. Ja, okay, draufhauen. Wir haben ja kein Zerstörer, der aufdeckt. Ich werde mal einen Zerstörer spielen und aufdecken gehen, ne? Ich soll dir ein mehr, was soll das? Ja, wahrscheinlich ist das hier unten einer und da oben einer. Dann haben wir hier verschießen. Ach, wieso war ich einfach kackendreist auf B oder OAB, so. Okay, alles klar. Aber die fahren alle nach B. Nee. Okay, mir reicht's. Ich will jetzt C. Ich bin entdeckt. Oh. Ja, die sind schon... Es ist ein... 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 Schlachtschuh ist es auf jeden Fall nicht. Nein, den Kreuzer auch nicht. Entdeckt. Das ist ja super, ey. Das ist ja super. Da vorne ist einer. Ich schieße einfach mal. Er nebelt sich jetzt schon ein. Lasst uns vor und munter sein und das Ganze hier gewinnen. Ich mach's. Da ist einer. Ich hab eine komplette Seite gerade preisgegeben. Ach, du Kakel. Also nicht seitlich fahren. Ich glaub... Ja, das war ein Schlachtschiff, ne? War das ein Schlachtschiff? Ach, ich weiß nicht. Glaub ja. Ja, das ist da hinten. Aber immerhin... Das ist ein vierer Schlachtschiff. ...hab ich's pünktlich geschafft. Ach, du Scheiße. Drei Minuten. Sorry. Wer ist denn da noch raus? Ach, da oben. Ja, aber das war das du vier Schlachtschiff dann wohl. Ich dreh ab und überlasse das den Kreuzer... äh, Schlachtschiffen. Tschüss. Genau, überlasse das Tente. Und ich fuck erst mal die Nix. Oh. Ja, ein Schuss und ein Treffer, ja. Warte, was? Du auch? Mhm. Was soll das? Was ist das für ein Schiff? Ich, ich, ich wollte eigentlich Punkte machen. Ach ja. Ja, siehst du, ich will das... Ja, merk den Namen mal. Ah, was? Das ist beide. Das ist beide in einem Schlag. Das ist hart. Tja, das ist echt hart. Ich hab sehr viele Punkte gemacht. Ich bin sehr stolz auf mich. Ach, du Scheiße. Ich meine, das ist ja dein Vierer, aber was willst du mit einem Vierer? Wir, Dandel, wir brauchen sie mal, weißt du doch. Ja, das ist ja immer so. Ich bin nur neugierig, ob das eins ist. Ich schreib's dir mal auf ein Zellchen. Hab ich irgendwas zerstört? Nein, hab ich nichts. Hab ich irgendwas? Alter. Kondition! Jams! Na, klasse! Oh, ach so. Ja, doof. Dandel, rette die Messeure. Ach, der kommt auch da. Ne, das ist mir ein bisschen so fliegt. Dandel! Minute und zehn Sekunden hast du noch. Alles klar. Okay, genau, jetzt bin ich ganz schnell raus. Äh, da ist ein Zerstörer, der ist fünf Kilo wieder. Ja. Also weg, also... Ja, also hätte man... Ja, ich geh jetzt erstmal ein bisschen weg hier. Hm, schön die Seite präsentiert. Ich bin ja noch am Drehen. Ja, ich bin ja noch am Drehen. Andere Seite hast du einen Zerstörer. Also das nächste Mal, wenn wir diese Karte haben, alle zu B. Wer sagt doch B. Hm, naja. Oh, ob das der... Ja, hat er überlebt. Naja, klar. Ich könnte locker wegstecken. Wie nachdem. Zwei, drei kann man auch überleben. Ist ja immerhin ein Schlachtschiff. Nuh? Heli A. Mit A bitte? Ja. Unbedingt. Ja, der bewegt sich aber auch nicht mehr weg. Wer? Hier, das Schlachtschiff, da am Rand der Karte. Äh, nee. Anzuhörer. Da schießt der überhaupt auch noch. Nee, die schießen alle irgendwie nicht. Der dampft aber auch noch. Vielleicht ist der ja rausgeflogen. Nö, nö, der schießt, der schießt. Schade. Hätt ja klappen können. Es sind drei Schiffe oben von uns. Nimmt A ein. Der Bruder hat ja mal gut getroffen. Hm, wenn die da alle wegfahren, fahre ich vielleicht mal in C rein. Wollten wir alle nicht mehr. Pja. Hab ich das Gefühl. Ach, was denn da los? Irgendwie sehr komisch. Toll. Hätten sie sich das nicht eher überlegen können? Bevor die mich rausgekantet haben. Hm. So, Tanne, du bist jetzt nur noch alleine da unten, ne? Äh, ja. Wolltest du nicht nach C reinfahren? Wollte ich, aber ich will nicht so seitlich zu dem fahren. Ah, taktisch noch. Er fährt nur so ein Bogen. Dauert nur ein bisschen länger. Ja, aber der schießt aber jetzt auf jeden Fall auf mich hier. Na klar. Ach, ich weiß nur was, ich muss nicht nach C. Ah. Oh, getroffen. Oder du versteckst dich hinter diesem einen kleinen großen Hügel. Ach, genau. Das wollte ich eigentlich machen, aber da kamen links und rechts was. Kein Wunder, dass das Schlachtschiff da hinten wegfährt, hat nur 38. Leben. Leben noch? Au. Au. Ganz toll. Eine große Welle und das Ding ist weg. Ja, das ist die perfekte Welle, ne? Das ist gar nicht. Bei B ist auch noch ein Schlachtschiff. Ja, aber was bleibt denn der ganze Zeit da hinten stehen? Also... Ich glaube, der hängt fest. Nee, du kommst da... Du kommst... Man kommt da weg. Weißt, wenn der nur da stehen bleibt, dann brauche ich da ja nicht bleiben. Dann ignoriere ich den jetzt. Genau, da kümmere dich doch um B. Ja, genau. Soll er doch da hinten rumdümpeln, also da unten. Wo zwei Schlachtschiffe auf dem Weg sind. Äh, eine Schlachtschiffe würde wohl nicht mitmachen, ne? Mit den 38 Leben. Der jetzt wahrscheinlich... Raus ins... Ja. Da ist er raus. Da ist er aber auch raus. War das einer von den Ruhm? Jetzt bekommt er das Kreuzer von uns. Ja. Hä? Oh, da ist auch ein... Hä? Ja, der steht auch noch drin da hinten. Ist das wirklich komisches Spiel? Wieso ist denn da... Hä? Was ist mit denen los? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist heute Nationaltag des Stehens. Warte mal. Ich hab vorhin Kaffee. Eben waren nur noch drei von den Gegnern. Ich dachte, da leben noch viel mehr. Ah ah. Das ist eigentlich auch gerade. Was ist da passiert? Hat er nicht gerade noch viel mehr? Waren wir nicht am verlieren? Der Kohlberg hier. Die ist auch gleich raus. Ich bin gerade richtig durcheinander. Aber die da hinten tun weh, das Schlachtschiff. Also... Weg. Müssen die doch da hinten schaffen. Die sind zu zweit da hinten. Ja, also das wäre ja... Aber das Schlachtschiff hinter dir... Das bewegt sich tatsächlich. Es bewegt sich. Es schießt auch. Und es schießt. Und du bist perfekt seitlich. Und... Auf, 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 auf. Ah, gut. Okay. Okay, der Kreuzer ist da hinten gleich raus. Ja, auch mal. Der Kreuzer sollte lieber nicht da hinfahren zu dem Schlachtschiff. Der ist irgendwie ganz komisch. Ja. Der tut mächtig weh. Wir haben nur noch zwei Gegner. Cool. Das ist ein Sieg. Da hat's geplätschert. Bei dir kommt auch noch eins. Ja, das ist noch mächtig heile. Oh, wenn sie uns jetzt den Kreuzer wegschießen... Und unsere anderen Schiffe sind verstreut. Einer ist gleich bei B. Und saftig grün. Komm, tausch mit ihm. Der soll ich mal ein bisschen einstecken hier. Der kann ein bisschen einstecken. Ich würde nicht um den Berg fahren. Da ist nämlich einer noch hinter. Ja. Ein Schlachtschiff. Ein heiles Schlachtschiff. Der ist nur ein bisschen heran, damit er mich nicht weiter abschießen kann. Oh mein Gott. Oh, Kontakt! Oh je. Ja, deine Treff. Oh, was sind die Bisschen getroffen? Weiter, weiter, weiter. Keine Ahnung, was mit dem da hinten ist. Hast du ordentlich zu knabbern? Aber den hier, los, hinter dir. Dass die weg ist und dann kann der nämlich da... Hier, das andere... Das war das andere. Ja. Oh, Mann. Komm schon, das muss ordentlich wehtun. Ja, sehr schön, los, komm. Nächster Schuss und du bist jetzt eh gleich raus. Versteck dich hier hinter dem Inselding. Inselding. Ja, vorsehen. Und? Oh, Mann. Oh, Mann. Voll uncool, Lende. Der letzte Überlebende. Er hat auch nach 5 rausgehauen. Ey, was ist das für eine? Echt? Ja, ja. Dabei ist der nirgendwo. Kreuzer. Kreuzer mit einem Schlack und raus. Schau, nein. Peace. Peace, rauf. Das ist ein Nahr-Kanz. Battle. Komm schon. Hau, drauf, hau, drauf, hau, drauf. Cool, cool. Abgeschossen? Die Vokaler sich hier voll mit dem Nahkampf macht keiner Schade. Boah, der hat aber halt ordentlich getroffen hier. Komm, die Bäne müssen den anderen, dann haben sie... Oh, nein. ... eine Chance. Ja, das sollten sie jetzt ja wohl hinkriegen. Der andere ist ja echt schon gut angeschlagen. Das war wunderschön. Ja, aber die wissen wahrscheinlich nicht, wie hardcore der da hinten ist. Die sollten zusammen da irgendwie hinschippern und nicht einer nach dem anderen. Na, noch sind wir in Führung. Ganz knapp aber nur. Na, die Oriane ist ja auch Stufe 4 wenigstens. Gefecht endet in 5 Minuten. Die soll mal ein bisschen hinder machen. Nach fünf Punkten haben wir auch mehr. Naja, ist deswegen raus, dann haben sie, glaube ich, dann liegen die... Eigentlich brauchen die einfach nur hier hinten zu stehen und warten. Hm. Oh Gott, wie viel HP hat sie, Alter. Ja, kann sich wer an die Skin-Augzahl ändern. Oh. Hm. Der war nicht mal viel, oder? Nee. Ähm. Hälfte? Du kannst ja nur schreiben, der tut mächtig weh. Mach das zu zweit. Nicht einzeln. Was denn? Was denn? Ja, frage mich gerade auch. Der steht wahrscheinlich an den vorbei, der müsste Richtung... Vielleicht hinter der Insel da irgendwo. Ja. Der ist sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Der guckt schon richtig hin. Doch nicht, das bin ich. Ohhhh. Oh man. Der war verdammt gut. Oh man. Oh man. Oh man. Der war verdammt gut. Hätte von Teesaufen kommen können. Ja. Scheiße, nein. Der guckt schon richtig. Ah, das pannte ja ewig. Ey, herrlich. Mann, ja. Bisschen vom Zeug. Der muss da hinten hin. Lende, schreib mal. Ich weiß nicht, ob er keine Ahnung, wo das Schiff wirklich ist. Ich glaub, der fährt Richtung A. Richtung B so. Wahrscheinlich so rechts am Rand vorbei. Ja. Womit jetzt C. Aber so wie's aussieht, will der ja nur C einnehmen jetzt. Herrlich. Ey, das war gut. Es tut mir leid. Er hätte auch von mir sein können. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Der ist verschwunden. Der ist verschwunden. Der war gar nie... Gar nicht im Spiel gewesen. Der ist ja schon im nächsten Spiel. Genau. Der ist gar nicht drin. War ein Geisterschiff. Ja. Er ist kalt am Lügen, ey. Was ist das für einer? Der ist sehr, sehr merkwürdig. Er ist Richtung A. Er ist nicht bei P6. Oder vielleicht doch. Der ist da an der Seite langgefahren. Wenn dann ganz hinter der Insel, aber... Ich hab' eh gewonnen. Alter. Der war sehr, sehr merkwürdig. Ja. Sehr, sehr merkwürdig. Ich gruselig schon. Sogar. Hm. Ah, ne. Ich will's nicht gucken. Oh ja, ich bin letzter. Oh, ich bin vor Galapze. Eiii. So. Da haben wir aber auch aufgelöst. Ach, jetzt. Krass Feierabend, ihr Lieben. Ja. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis... zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschü tschü. Tschü tschü. Ciao.